Nein, ich schaffe es einfach nicht. Ah, verdammt nochmal. Ne, das muss ich anders machen. Und zwar... Wie komme ich denn da ran? Vielleicht hier von dem... Ah, na klar. Ich habe ganz vergessen, dass man das kann, ey. Jedes Mal vergesse ich das irgendwie. Aber komm. So, jetzt habe ich es. Und ab durch die Mitte. So, jetzt habe ich es. Das kann ich gut gebrauchen. Oh, ja. Man kann nie genug Ghana haben. F-L-I-K heißt Flick. Das bin ich. Okay. Oh, ja. Okay. Flammender Tod. Ich halte in meiner Hand das Streichholz. Dieses Streichholz wird darüber entscheiden, ob zwei Käfer leben oder sterben. In einem Moment werde ich diese Streichholzer entzünden, die zu einem Fliegenpapier führen. Das liegt voll... Schöne Vorführung. Jetzt will ich mal wissen, wie viel Prozent ich habe. Fliegenpapier, springen Chivap und Chichi, die Pillenkäferkanonen kugeln. Die Kanone wird abgefeuert von dem, der auf den Abzug sprengt, wenn dieser Wecker in genau 15 Sekunden klingelt. Die einzige Überlebenshoffnung der Pillenkäfer ist die Meisterin des Hochseils. So Flussbetschlucht. In der Flussbetschlucht wird Rose sich herunterlassen zu diesen beiden Pfosten und ein Sicherheitsnetz spinnen. In weniger als 15 Sekunden. Level 5 Flussbettlauf. Suche deinen Weg aus dem Labyrinth im Flussbett. Wo ist das andere hier? Da dürfte es hier sein. Alles klar. Und da sehe ich schon das F. Aber da brauche ich was. Das könnte nützlich sein. Oh Mann, ich melde mich nie wieder freiwillig. Ja, Moskitos sind einfach nur... Ach, ekelhaft. Blutsauger, bin ich jetzt endlich da? So, halt mal. Jetzt kommt Flick. Gebt dir ein bisschen mehr Mühe. Moskitos, warum ausgerechnet Moskitos? Halbe Stunde machen wir noch und dann ist Schluss für heute. So ist das. Ah, das Flussbett überquert. Und ne Beere. Wohin soll ich damit? Ja, Moskitos ist sonst bei dem Frühling da draußen. Wer weiß, dass so wer... Ich schätze, es ist Moskitos-Saison. Warum denn nicht? Bin ich jetzt endlich da? Weil Moskitos sind, glaube ich, keine Blutsauger. Ne. Superbären, bei Beispiele! Spalten, so habe ich... Große, große Gebirge. Warum ausgerechnet Moskitos? Nein, das ist nicht unbedingt. Oh, wo lang? Ähm, ich denke hier. Ah, das Flussbett überquert. Ah, da hoch wohl anscheinend. Ja. Ja, wann denn? Ich schätze, es ist Moskitos-Saison. Das kann ich gut gebrauchen. Oh Mann, ich melde mich nie wieder freiwillig. Ja, da brauche ich was. Ich weiß auch schon, was ich da gebrauchen könnte. Ah, das Flussbett überqueren. Bla, 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 bla. Spalten, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh, ey. Ich bin ja auch irgendwo so lecker, oder? Nein. Ach, hierfür. Aber, ich kann die eigentlich mal mitnehmen. Ich weiß auch schon, wofür. Um mal den Buchstaben zu holen. Clever eigentlich. Mega-Verfolger-Behre. Ah, das Flussbett überqueren. Ich würde auch noch diese Level hier für heute machen und dann ist Schluss. Dann haben wir nämlich die ersten fünf Level gemacht. Ich habe ja auch noch Tomb Raider 4 und Tomb Raider 5 da. Für die Playstation 1. Ja, die Teile habe ich da. Ah, die spiele ich noch nicht. Nee, noch lange nicht. Äh, das kann wirklich noch eine Weile dauern. Dass ich dazu mal ein LP mache. Ja, Tomb Raider 3 ist echt lang gewesen. Muss ich aber auch ehrlicherweise mal sagen. Ich komme noch da ran. Müsst du mich ein bisschen verkaschen? Ja, ich brauche da noch was. Oh, ich könnte ausrasten bei sowas. Nee. Bye-bye, Finne. Ah ja. So habe ich dir das nicht vorgestellt. Große, große, runde Felsen. Ah, das Flussbett überqueren. Das Flussbett überqueren. Ja, das Flussbett überqueren. Das Flussbett überqueren. Das Flussbett überqueren. Hm. Ja, da muss ich wohl später nochmal hin. So ein Mist. Ja, bevor du da bist, das ist noch eine sehr, sehr weite Reise. Oh Mann, ich melde mich nie wieder freiwillig. Nee, da muss ich ja ein Schwert nehmen und dieses ganze Gebiet zu spalten, aber nein. Ist nur in der Physik so, aber in der Theorie, in der Umsetzung, nein. Spalten, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wie komme ich da ran? Ach, das stimmt wieder. Was mache ich denn da? Mensch Junge, bei vielen Leben habe ich aber auch nicht mehr so ein Mist. Hiermit. Hiermit könnte es funktionieren. Alter. Blöder Käfer. Nervensegel, nein, bist du nicht. Dauert noch ein bisschen, bis du da bist. Oh Mann, ich melde mich nie wieder freiwillig. Oh, das ist die Kamera, ey. Nee. Und der ist bestimmt wieder dahinten, nicht wahr? Ja. Ist mir doch schon gedacht, ey. Klar war mir das schon. Bin ich jetzt endlich da? Spalten, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Erstmal hier hoch. Ah, haben wir noch ein bisschen was. Ah, Mann. Dich habe ich nicht gesehen. Ah, das Fluchtbett überqueren. Das ist die Goldbeere. Ach, die hätte ich gerne. Ich glaube, die kriegt man. eine große Felsen. Nee. Das müsste ich anders machen. Mist. Und ich fall da wieder runter. Boah, Alter, sag mal. Was ist denn das? Oh Mann. Ich melde mich nicht. Oh Mann. Ich melde mich nicht. Nimm das. Bin ich jetzt endlich da? So, Spinne. Da kann ich rüber. Boah, Alter. Wie tut's denn mein Arsch weh? Boah, ey. Ei, 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 ei. Bye, bye, Spinne. Ja, da komm ich noch rauf. Au. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Ich brüche noch wahrscheinlich die Goldbeere. Für was sollte man sich wirklich freiwillig melden? In der Tat könnte ich das gebrauchen. Ich könnte... Ja, zum Anfang zurückkehren. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Große, große Felsen. Na, ich habe jetzt eine Bepflanzung. Das ist, wenn wir erstmal in einen Buchstaben wohnen. Oh Mann. Ich melde mich nie wieder freiwillig. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, hier ist der Anfang. Das war... War das nicht so gut? Ist das hier rechts schon direkt? Na doch, das müsste doch hier sein. Nein. Ach komm. Warum ausgerechnet Moskitos? Spalten. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Nicht mal Energie, nix. Schade. Ja, und ich bin tot. Ist das so? Ne. Ah, das Flussbett überqueren. Ich schätze, es ist Moskitosaison. Große, große Felsen. Ja, es gibt in der Tat einen blauen Fleck. Und zwar so einen, dass du nie wieder aufstehst. Ne. Ich muss doch erst... Oh, Junge. Erst auf die andere Seite. Wenn es das so wäre, dann wären ja schon Ex-Moskitos. Jede Menge. Aber ne. Ist es ja nicht... Ah, warte mal. Könnte ich das doch... Ja, na klar. Ich bring das mal hierher. Weil ich hätte mich gern in den Buchstaben. Es wäre gar nicht mal schlecht und... Ich mach mal raus was. Ich schätze, es ist Moskitosaison. Ich schätze, es ist Moskitosaison. Du bist so schnell. Ich helfe vonmouth- Ich kenne mich auch eins. Wir gehen einfach mal, auch immer die Kartein. Wir müssen jetzt mal aufstehen und die Kartein. Bei mir.